Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Max und herzlich begrüßt euch zu Forza Motorsport 7. Weiter geht's mit dem fünften von sechs Rennen Sport Touring und ja, das letzte Mal hatten wir den Ford und wo denn erster? Was ist denn da los? Auf der Nürburgring GP Strecke und ja, das ist ja eine Strecke, die mag ich ja sehr. Aber es bedeutet, wir müssen jetzt ein neues Auto nehmen. Wir werden heute den Mercedes 190E 2,516 Evolution 2, boah, gut, alles klar, aus den Jahren 1990. Juhu, und das sieht aus, wir fahren ins Silverstone. Mal sehen, bei welchen Witterungsverhältnissen. Und, äh, wir sind jetzt insgesamt auf Platz 4. Und wir haben's hier Abend. Okay, dann, äh, machen wir das. Rennen starten, Lichter sind an. Und ich mag das überhaupt nicht in den Dunkeln fahren, aber das macht ja nichts. So ist es. Das letzte Rennen wird dann mit dem Porsche sein. Oh. So, auf den ersten Metern muss ich sagen, fährt er sich doch eigentlich ganz gut. Oh ja. Vom Fahrverhältnis jetzt, äh. Oh, sehr dicht auf den anderen Mercedes aufgefahren. Fährt er sich richtig, äh... Klasse, aber wir sind ja auf dem 11. Und ja, das hat mich ja immer noch mal gefragt, warum der Auspuff so wackelt. Na, weil ich so... ...doll Gas gebe. Boah, hier gibt's auch keine Möglichkeit, hier so richtig mal zu überholen. Ohne... Na mal. Ein bisschen die Brechstange rauszuholen. Und jetzt sind wir schon auf dem siebten Platz. beim Nachtrhein von Silverstone. Da gab's einen kleinen Bumser. Und wir sind schon auf dem sechsten Platz. Wir müssen mindestens ein Fünfter werden. Das ist mein Ziel in der Meisterschaft. Erster, das ist eigentlich schon... ...nicht mehr möglich. Da merkt man aber jetzt, äh... ...umso besser die Fahrzeuge sind, umso... ...ja, besser... ...kommt man mit den Autos hier klar. Also, das ist ja auf jeden Fall ein Auto... ...damit komme ich gut klar. Damit haben wir gleich die erste Runde geschafft. Eine müssen wir noch... ...wann wir von vorne den Hatzel noch überholen. Oh, yeah. Das ist so dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch was. Vor mir ist der Moses. Also nicht der hier. Das ist ein anderer LP hier. Komm, 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 komm. So, jetzt an, den vorbei. Und los geht's. Was fährt denn Moses da? Ein Porsche oder was? Ja, der fährt den Porsche. Den werden wir als nächstes Rennen. Oder am nächsten Rennen sehen. Oh, ist das dunkel. So, hier könnte ich ihn vielleicht schaffen... ...hin zu überholen. Ab in den Windschatten. Ah. Ist schon wieder auf dem zweiten. Also, man merkt schon, die Autos... ...werden schon besser. Dann kann man auch erster werden. Ich sehe gar nichts eigentlich, aber ist ja egal, ne? Aber vor mir ist Creep. Ah, wenn wir den noch schaffen, hier auf der langen Gerade. Dass ich mich vielleicht noch ein bisschen ransauge. Der ist auch in Porsche gefahren. Oh, da kriege ich einen Bumser von hinten. Jetzt noch ein paar Kuchen. Und dann könnten wir vielleicht dieses Nachrennen... ...oh, total verbremst, ey. Ey, leck mich am Arsch. Wir haben auch dieses Rennen geschafft. In der... Wuhu. Schon wieder erster. Naja, das ist schon ein Unterschied, ne? Was für ein Auto man hier auf der Strecke unterwegs ist. Wieder 800 Punkte gemacht. Moses noch zweiter geworden. Ui. Der wird es auf jeden Fall wissen. Wo sind wir denn? Und Romalotte ist wieder auf dem Sechsten. Und... Ich bin auf dem Dritten. Moses ist das Erste. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir werden uns trotzdem mal diese Nacht noch mal angucken. In einer Wiederholung. Und ich werde dafür aber die Klappe halten. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Rennen. Das wird morgen sein. Das Finale. Ich sage, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.